Bei dieser Übung erkennen wir sofort die Ableitung von einem Bruch. Also wenden wir die entsprechende Formel an, aber Vorsicht, f auf g' das ist nicht f' auf g', sondern f auf g', das ist f' mal g minus f mal g' geteilt durch g im Quadrat. Wir wenden diese Formel korrekt an, das hier, das ist f, und das hier, das ist g. f auf g' das ergibt f' mal g minus f mal g' geteilt durch g im Quadrat. Diese Klammer hoch 2 im Quadrat ergibt diese Klammer hoch 4. Diese Ableitung, das ergibt 2x minus 2. In dieser Ableitung erkennen wir f hoch m' Prim. Also wenden wir die entsprechende korrekte Formel an, Vorsicht, f hoch m' Prim, das ist m mal f hoch m minus 1 mal f' Prim. Nicht vergessen, dieses mal f' Prim hintendran zu setzen. Hier ergibt das also f hoch m' Prim. Das macht m mal f hoch m minus 1. 2 minus 1 macht als Hochzahl 1. Mal dieses f' Prim. Diese Ableitung ergibt 1 und somit erhalten wir diese Rechnung. Es ist kein Prim mehr drin, also versuchen wir zu faktorisieren. Aus dieser Klammer können wir eine 2 rausholen und diese 2, die dann da multipliziert, die multipliziert auch im zweiten Term, also können wir diese 2 insgesamt ausklammern. Im zweiten Term sehen wir auch die Klammer x plus 2 wie multipliziert, im ersten Term aber auch. Also können wir hier insgesamt 2 mal x plus 2 ausklammern. Und zwischen Klammern bleibt alles andere, was nicht ausgeklammert wurde. Hier hatten wir eine 2 rausgeholt, die ausgeklammert wurde und dann bleibt hier als Klammer x minus 1. Einer dieser beiden Faktoren x plus 2 ist ausgeklammert worden, also bleibt der andere drin. Dann dieses Minus und dann noch diese Klammer hier. 2 mal x plus 2 wurde ausgeklammert und mal 1 entfällt. Hier können wir jetzt alles zwischen Klammern ausrechnen. x mal x, das ergibt x². x mal 2 ergibt 2x. Minus 1 mal x ergibt minus x. Und minus 1 mal 2 ergibt minus 2. Hier verteilen wir dieses Minuszeichen und so ergibt das minus x² plus 2x. Zwischen Klammern sehen wir x² minus x². Diese beiden Termen sind weg. Dann erkennen wir 2x minus x, das macht x. Plus 2x macht 3x. Und minus 2. Also zwischen Klammern bleibt nur noch 3x minus 2. Und fertig. Tschüss.